und damit herzlich willkommen zurück zu gt san andreas alter hier ist gerade alles am explodieren einfach hier ist die hölle los hier geht gerade gefühlt die welt unter in los santos ich muss hier noch ein bisschen stress machen aber ich finde hier einfach keine barriere lila ich hab das noch nie so ganz gerafft wer welches ist ist ja auch egal im grunde weil wir sind eh von beiden gangs gebiete zurückholen aber dafür müssen halt auch welche von den eierköppen hier rumlaufen sonst gestaubelt sich da ein bisschen kompliziert kann man die vielleicht hier rum auch keiner lasst euch nicht stören also ich bin gar nicht da solange ihr mich in ruhe lasst ansonsten gibt es halt auch stress mit mir ja hier ob hier irgendwelche rumgammeln so ein 3er 4er köpkchen ne auch nix schad was schad hier vielleicht da ist einer aber einer alleine bringt mir nix das löst kein banden krieg aus oh jetzt hier hier jetzt schön ja danke und der bulle kommt natürlich das ist nicht normal wie penetrant der bulle ist es ist nicht mehr normal jetzt kommen sie von zwei seiten mir ist das lieber wenn die nur von einer seite kommen aber gut ist halt kein wunschkonzert hier ne kommen die jetzt wieder mit ihrer kakar hier an oder was ist jetzt hier los jetzt kommen sie alle von da hey einfach mal mit der minigun rein rotzen zum glück sind die so schlechte schützen danke ein viertel gehört mir wer fuckt mich jetzt hier ab Moped geschnappt und erstmal speichern fahren habe jetzt hier so viele gebiete mir gesnackt ich glaube drei stück muss ich erstmal speichern fahren nicht dass gleich irgendwie hier wenn es nur abstürzt die kacke muss nicht sein nein hoi sorry Und weiter geht's, das fröhliche Gebiet übernehmen. Ich mache da hinten in der Ecke weiter, arbeite mich schon so im Kreissystem. Weil wenn jetzt hier vorne im Gebiet welche rumgammeln, dann schnappel ich mich die natürlich. Ist ja wohl klar. Hier laufen aber meine rum, weil das auch unser Ghetto ist. Hier. Mal gucken, gammelt hier irgendwie einer von denen rum? Das ist doch hier, wo Big Smoke gewohnt hat, oder wohnt, keine Ahnung. Nee, das sind keine. Unser Viertel wird angegriffen. Ja, dann kümmere ich mich jetzt da drum. Das hier, ok, scheiße. Ich komme jetzt am schnellsten da hin. Sorry. Alter, das ist so ätzend mit den Bullen, gell. Glaubt's ja gar nicht. Eieiei. Ach hey, ihr wolltet Gebiet haben. Was wollt ihr denn hier? Ihr habt hier gar nichts zu suchen. Das ist gar nicht eure Gegend. Oh. Komm ich hier hoch? Easy. Ganz easy hochgekommen. Ja, dann machen wir doch hier in der Gegend direkt weiter, wenn wir schon mal hier sind. Gucken wir mal, ob wir hier noch ein paar... ein paar Gangs finden. Oh, hier. Ja. Ja. Ich weiß, dass du ein Maniak bist. Oh, das ist ein großes Gebiet. Oh, da läuft ein Bulle rum. Alter, ich hab den Kopf weggeschossen. Die gammeln wieder da im falschen Ghetto rum. Alter. Das war nicht zu fassen, oder? Ich komm euch ja schon entgegen. Erste Welle geschafft. Danke. Das war's. Easy. Weggesnackt. Das ist schon die dritte Welle, gell? Das ist schon der Rest. Jo. Viertel gehört mir. Danke. Gar kein Problem gewesen. Jetzt gucken wir mal hier. Das ist ja den Vargus. Hier das. Ob wir dann irgendwo welche rumgammeln. Aber jetzt fahrst du nur noch Polizei unterwegs. Die Straßen sind auch leergefegt. Hey, gut. Hier war sowieso nicht sonderlich viel Verkehr im Spiel, ne? Woow. 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 Na, das sind aber nur zwei. Dann bringt mir nichts hier drüben. Woow. 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 Woowowowowowowow. Woow. Woher kommen die denn jetzt her? Na, ich lauf dir mal ein bisschen entgegen Das war schon die erste Welle? Schwach Echt schwach Jaja, mach nicht so ein paar Lava hier Dahinten sind auch irgendwelche am rumgammeln Die aber gar keinen Plan davon haben wo sie sind Zweite Welle überstanden, danke Hey, hey, hey ach so das war es schon bietet also auch uns es wird ja jetzt hier schon ziemlich viel auch schon gut wird eingenommen also von ja auch mal jetzt hier aber natürlich jetzt der größte fail wegen dem explodieren moped oder auto zu sterben also das leben und explodiert nicht mal das eigene war explodiert dass wir das geld snacken und spacern So, jetzt mal gucken. Ich würde jetzt gerne erstmal hier die Gebiete holen. Dass da mal so ein geschlossener Kreis irgendwie ist, die Gebieten hier uns gehört. Aber hier gammeln halt kaum welche rum. Zumindest eben nicht. Ah, jetzt schon. Gut. Aber das sind unsere, gell? Ne, doch nicht. Verpisst euch doch einfach. Lasst mich doch einfach mal hier gegnerische Gangs erledigen. Ich hatte nur eure Arbeit. Tschö. Auto. Was ist denn der hingefahren? Oh ja. Gut. Lauf weg, alter. Gar kein Problem. Oder komm da. Tschö. Tschö. Zweite Welle. Licht. Ah, jetzt mal. Ah ne, mein Motorrad. Keine Ahnung. Krieg mal das kaputt und da ist meins. Auf geht's. Ab geht's. Kartoffeln. Das war hier bei uns. Ah. Danke, mach den Bullen zuerst. Diese. Ich versuche mal Kifflik und Erlebnis. Oder ne, die liegt überall auf dem Bullen. Ja. Der ist natürlich entgegen. Hier. Wie kommt das rua? Na, wir müssen keine Kräfte. Im O-B-M-M-M-M-M-M-M-M-M-S-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Das hier holen wir uns jetzt. Was macht ihr denn hier? Das waren nur zwei Stück. Das reicht leider nicht. Ich weiß auch nicht, warum das umringt. Oh ja, hier sind aber genug. Hey. Alter. 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 Alter Verwalter. Alter. 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 を呆iesta. Freder listen to David. keine rüstung doch da vorne hallo ich gehe da auf nummer sicher und hole mir die rüstung lieber das viertel gehört dir mein motorrad das ist ärgerlich jetzt machen hier meine leute mit dem bullen stress was ist das hier das sind meine leute das sind meine leute die können hier ruhig baller machen die 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 dampfen jetzt könnt ihr mich aber alle mal hier am arsch lecken 100 schuss nur noch dafür für jeden gegen fight soll das noch reichen ich sollte vielleicht mal die ak immer von ihnen aufheben immer ich hole mir jetzt die ak hier mal guck direkt mehr muni ich hab keine rüstung mehr da kommt die hat auch ein kleineres magazin als die m4 die m4 hat 50 schuss drin die hat 130 danke viertel gehört mir toll fahrbar untersatz fahrbar hier alles noch nicht eingenommen kacke jetzt kann man die jahle rum weiste hier kippt mich mal gell ohne witz ach voll doch kippern nicht sondern führ es Und jetzt gehört der Viertel wieder mir Also gehört ja die ganze Zeit schon mir Weißt du, jetzt gammeln hier überall die Typen rum Aber wenn ich dann gleich wieder hier unterwegs bin Um dann die Gebiete wieder einzunehmen Dann ist hier keiner unterwegs von denen Das ist safe so Safe Wenn der Geist im Panzer, das Ding, danke dafür Tschööö Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt Ich bedanke mich fürs Zusehen Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da Wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da Um nichts mehr zu verpassen Und ja, mir bleibt nichts weiter zu sagen Als danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal Ciao